Oh, wer ruft mich an? Wer konnte das nur sein? Ja, hallo, ich höre Sie. Was meinen Sie damit, unser Kind weit im Kindergarten und wir sollen herkommen, um es abzuholen? Welches unserer Kinder? Ich verstehe nicht, was Sie meint. Okay, okay, jetzt kommen wir und holen es ab. Rafario, wir müssen jetzt sofort in den Kindergarten fahren, um unser Kind abzuholen. Welches Kind meinst du, he? Rafario, ich habe überhaupt keine Ahnung. Lass uns herausfinden, denn ich habe überhaupt nichts verstanden. Sehr seltsam, Leute. 20 Minutes später. Mama, 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 wo bist du, meine Mutter? Mama, wo bist du, he? Stas, was machst du hier? Komm schon, steh auf. Ey, was machst du denn hier, Stas, he? Ihr habt mich im Kindergarten vergessen, Mann, Alter. Mann, ich mache dich fertig, Alter, ich bin zu Hause mit dich auch, du kleiner. Was machst du? Bist du Jumpstars? Was machst du? Ist dir gut, Stas? Was ist denn passiert, he? Was laberst du, Alter? Du hast mich im Kindergarten vergessen, Mann. Wovon redest du denn, du? Du bist schon über 20 Jahre alt. Welcher Kindergarten? Machst du witzig, ich verstehe gar nicht. Was? Mehr als 20? Ich? 1, 2, 3, 4, ich bin 5 Jahre alt, Alter. Wovon, irgendwas mit ihm ist falsch. Er macht donkische Witze, oder was? Ich verstehe gar nichts. Lafario, ich glaube, das ist ein Kind geworden. Nein, 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 ich bin kein Kind. Ich bin sehr groß, sehr groß. Guck mal. Komm, Lohn, lass uns zu Hause fahren. Warte, warte, ich wusste, dass das kein Gehirn hat, aber ich wusste nicht, dass es so schlimm ist. Lafario, egal, was darüber passiert ist, lass uns zu Hause fahren. Nein, ich will Süßes, ich will Süßes. Zu Hause. Ich will ganz viel Süßes, Alter, ich will das einfach jetzt. Na Hause. Komm her. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Okay, lass dir Süßigkeiten kaufen, aber weimlos nicht. Lass uns fahren, lass uns fahren, lass uns fahren. Also, Herr Fario, lasst uns gehen, aber bevor wir gehen, Leute, wie ihr seht, ist das ein wenig verärgert. Und ihr könnt ihn nur aufheitern, wenn ihr auf den roten Abonnierknopf drückt. Also bitte drückt den Knopf und ihr werdet immer die Ersten in unserer Videos sein. Also, Herr Fario, lass uns gehen. Komm schon, komm schon, lass uns gehen, ich will gehen, los, Alter, komm. Alter, mein Kleiner, bevor wir dich anschnallen, müssen wir dich erstmal anschnallen. Gurt, was für ein Gurt, ich will kein Gurt, Alter, geh weg mit deinem Gurt. Ach, komm schon, nicht rein. Ich will kein Gurt, hab ich gesagt. Gurt anlegen, damit wir wissen, dass du in Sicherheit bist. Wirklich? Okay, alles klar. Ich will aber jetzt los, Alter, ich will los. Nicht weinen, hör auf zu weinen und zu schreien. Also. Hallo? Du solltest guten Tag sagen. Guten Tag? Hallo. Ich will Chips, ich will Kartoffelchips. So, aber wo sind sie? Okay, aber nur eine Packung. Nur eine? Ja. Nur eine? Welche du willst, aber nur eine. Nein, 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 nein. Du musst erst bezahlen und dann wirst du es essen können, okay? Ich habe Hunger, Alter. Dann muss man es erst bezahlen und dann kann man es essen, alles klar? Dann nehme ich Schokolade. Hey, was machst du da? Nein, nicht. Wir müssen es erst bezahlen. Oh Gott, ich kann es nicht glauben. Was für ein Bengel. Oh, gib her. Nein, nein, nein. Okay, das nehmen wir. Nein, das andere. Was meins? Gib mir das auch. Okay, wir nehmen das hier. Ich will das auch. Oh mein Gott, was noch? Was gibt's? Gib mir, Alter. Okay, wir nehmen dir Bueno. Also, jetzt holen wir dir noch was zu trinken und dann sind wir fertig, okay? Saft. Richtig, Saft und nicht das Wasser für Erwachsene. Okay, das ist klar? Nur Saft, nur Saft. Komm schon, nimm es. Ihr müsst trinken, Leute, den ganzen Tag. Das ist sehr wichtig. Ja, das sagt meine Mutter, Alter. Vielleicht kriegst du ein größeres Gehirn, damit du ein bisschen besser wirst. Ja, ich habe das verstanden. Darf ich auch? Hey, was machst du, Alter? Hey, warum hast du geforscht, Alter? Voll widerlich, Mann. Warum machst du sowas, Alter? Warum? Oh, wir sticken. Wof' an die Fenster runter. Komm, geh rein, geh rein, geh nach oben. Ja, wir sind zuhause, Alter. Ich will Fußball. Was für Fußball? Was für Fußball? Geh nach oben. Fußball, Fußball, Fußball will ich jetzt spielen. Was für Fußball? Schau, wie heiß es hier ist. Nur nach dem Essen, Alter. Ich will Fußball, habe ich gesagt, Alter. Hey, bist du verrückt, oder was? Okay, mein Junge, okay, mein Junge. Komm, lass uns Fußball spielen, wie du willst. Aber beruhig dich. Ein bisschen beruhigen, okay? Okay, aber dann will ich Fußball spielen, Alter. Oh, Leute, wir sind wieder in so eine Lage gekommen. Ich verstehe gar nichts, Alter. Los, hilf ihm, hilf ihm. Komm schon. Komm schon, komm schon, Stas. Steh auf, steh auf, komm. So, jetzt geh. Geh, geh, geh. Oh, was das für ein großer Bengel ist, Alter. Ich kann es nicht glauben. Ja, 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 schlecht. Sehr, sehr schlecht. Komm, Raffario. Ich will jetzt Schokolade essen, Alter. Warum isst du jetzt Schokolade? Du hast doch schöne Chips gegessen. Ess doch die Schokolade später. Ich will jetzt was Süßes, habe ich gesagt, Alter. Nein, 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 nein. Zuerst isst du den Joghurt und dann gibt es Süßigkeiten. Hast du mich verstanden? Ich will keinen Joghurt, ich will was Süßes essen. In der Regel lieben Kinder Süßigkeiten, aber... Aber er muss doch Joghurt essen, Raffario. Du musst zuerst was Normales essen und dann, und dann bekommst du einen Schokolade. Aber wenn du nichts isst, bekommst du keinen Schokolade. Verstehst du? Verstehst du? Ich werde ihn essen. Ich werde ihn essen. Willst du dich essen? Dann werde ich ihn essen. Nein, 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 nein. Joghurt. Joghurt, Joghurt. Okay, ich esse Joghurt. Und ess jetzt deinen Joghurt. Oh, Leute, was ist denn hier nur los? Leute, schreibt es in die Kommentare, was hier los ist. So, Soas, ich sitze. Wo ist der scheiß Joghurt? Hier ist es. Jetzt werde ich es öffnen und du wirst deinen Joghurt essen. Einverstanden? Okay, okay, du bist aber ganz schön böse, Alter. Großartig, so. Kippen Sie diese Bälle hier rüber. Aber Dalli. So, richtig. Und jetzt bring dir den Löffel. Gepär jetzt hier. So, halt den Löffel. Jetzt kannst du essen. Und ess alles auf. Alles aufessen. Bravo, so muss das. Bravo, sehr gut. Nimm mehr, so als wärst du ein Hai. Mom. Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Wie, du willst nicht. Ich sagte doch, du musst alles aufessen, von Anfang bis zum Ende. Nein, ich will nicht mehr, ich will Süßigkeiten haben. Nein, du isst alles auf, sonst gibt es keine Süßigkeiten. Ich will Süßigkeiten, habe ich gesagt. Wenn du alles isst, gebe ich es dir. Okay, ich esse das Ganze. Alles klar. So isst, ich werde bald wiederkommen, sicherzustellen, dass alles sauber ist. Ich bin fertig, ich bin fertig. Fertig? Bravo. Schau nur, was du getan hast. Rafario, komm her, komm her, Rafario, komm her. Keine Sorge, wir haben hier Babytücher. Ich werde dein Gesicht abwischen, damit du richtig, richtig sauber bist, okay? Alles klar, komm, guck mal. So. Ja, und dann isst du Süßigkeiten. Ruhig, ganz ruhig. Der ruhig, Rafario, er weint. Er ist ein Mann, er wird ein Mann und dann wird er zur Armee gehen. Aber jetzt ist er ein Kind, er ist ein Kind. Wenn er jetzt schon weint, dann wird er auch später weint. Er wird später nicht weint, weil dann wird er groß sein. Ich werde richtig lernen, okay? Böse, Papa, böse, du bist böse, geh weg, Alter. Komm, lass uns gehen, ich gebe dir Süßes. Komm, alles gut, alles gut. Oh ja, alles gut, lass uns gehen. Gehen wir, setz dich. So, setz dich auf deinen Platz. Ah, ja, alles gut. Hier, nimm bitte Süßes und lass mich in Ruhe, okay? Hier. Oh, was machst du? Was machst du? Ey, Kindchen, nimm es leichter. Alter, vorsichtig, schau, was du gemacht hast. Sei vorsichtig, bitte. Ich will jetzt schon Spielzeug spielen. Okay, und welches Spielzeug willst du? Spielzeug, ich will spielen, ich bin fünf Jahre alt, ich möchte Spielzeug spielen, Mann. Okay, ich bringe gleich dein Spielzeug bei dir. Einfach still sitzen und schreie nicht heraus. Okay, ich werde nicht schreien. Verruhe dich. Schau, was ich dir für ein Spielzeug gebraucht habe. Ich habe dir neue Funko Pops gebracht. Mal sehen, aber so klein ich will große Funko Pops. Große Funko Pops will ich haben. Nein, sie sind klein, weil du auch klein bist. Nein, ich bin groß, ich bin fünf Jahre alt, Alter, ganz groß bin ich. Was machen wir jetzt, Raffario? Ich weiß, was zu tun ist, Simon. Wir bestellen einfach mein Blabla Toys. Okay, dann eben sehr große Funko Pops. Bist du dann zufrieden? Ja, ich möchte einen sehr, sehr großen Funko Pops. Okay, wir bestellen sie gleich, okay? Ja, ich will dieses, ich will dieses. Okay, ich habe alles bestellt. Sie werden bleibt hier sein. Bleib ruhig, okay? Beruhig dich. A few moments later. Ihr habt es gebracht, ihr habt es gebracht. Vielen Dank. Dankeschön. Das ist geil, Alter. Tschüss, Leute. Auf Wiedersehen. Setz dich. Ruhig. Okay, jetzt öffnen wir es. Also, schau, Kiebchen. Es gehört dir. Ab für den Wasser. Das ist der größte Funko Pops der Welt. Das ist geil, Alter. Ist das geil. Ich weiß, öffne es. Du warst ein gutes Kind und hast euch die echt verdient. Spiderman. Spiderman. Wow, wow, wow. Ruhig blut, Spiderman. Schau, was hier für ein Kopp war. Okay, das reicht, das reicht. Das reicht, beruhig dich. Immer mit der Ruhe, Alter. Das ist wunderschön. Wunderschön. Okay, es reicht, es reicht. Warum soll ich keinen Lärm machen, Alter? Ich spiele mit einem Spielzeug. Geh doch weg, dann spiele ich alleine, Alter. Komm schon. Es ist besser, wenn du alleine spielst. Geh weg. Nicht weinen. Nicht weinen. Nicht weinen. Hast du wieder Hunger? Wieder Hunger? Du hast doch gerade gegessen, Alter. Ja, ich habe Hunger. Ja, ich habe Hunger. Okay, ich hole dir etwas zu essen. Was bringst du mir zu essen, Alter? Spiderman, Spiderman, Spiderman. Hier ist dein Joghurt. Isst ihn. Und noch ein Joghurt für dich. Was? Schon wieder Joghurt? Ja, was möchtest du noch? Was willst du essen? Nein, ich will kein Joghurt. Ich will was Süßes, habe ich gesagt. Oh, großartig. Was Süßes? Willst du Obst? Nein, ich will kein Obst. Kein Obst. Das ist scheiße, Alter. Obst ist gut. Es ist sowohl gesund als auch lecker. Okay, sag mir, was du willst. Was willst du? Ich möchte entweder einen Kuchen oder einen Heiß- oder einen Pfannkuchen. Ich möchte so etwas, Alter. Verstehst du das nicht, oder was? Pfannkuchen? Ich sollte jetzt echt Pfannkuchen machen? Ja. Okay, gut. Ja, ja, ja. Schöp, 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 schöp. Later. Oh, was für ein schönes Video, Alter. Ja, das ist... Hier, dein Pfannkuchen. Iss. Und schau den GL Show Kanal. Er ist der beste Kanal auf der ganzen Welt. Nur GL Show? Babystars, ess ein bisschen vorsichtiger. Schau, Alter, was du machst. Was machst du da nur? Warum? Es geht mir gut. Der Pfannkuchen ist göstlich. Bravo, Dimon. Bravo. Ja, danke. Ehe schon auf. Ich will nichts mehr essen, Dimon. Ich will nichts mehr essen, Alter. Warum? Ich habe Pfannkuchen wirklich gemacht und du willst die nicht essen? Ich habe gegessen. Ich habe gegessen. Okay, also, wenn du ihn jetzt aufisst, bekommst du wieder ein Geschenk, okay? Ein Geschenk? Ja, also iss. Ein Geschenk. So, so. Bravo, bravo, bravo. Sehr gut. Ich bin fertig. Ich habe fertig, Alter. Schrei nicht. Bist du fertig? Ja, und ich werde jetzt ein Spielzeug. Großartig. Ich gebe dir ein Spielzeug, aber zuerst musst du dein Gesicht waschen. Aufräum, ich will nicht waschen. Lass uns gehen. Ich wasche dich und dann wirst du ein Spielzeug bekommen, okay? Nein, ich bin nicht. Komm, komm, steh auf, steh auf. Wohin gehen wir jetzt? Komm runter, komm runter. Gleich kommt dein Geschenk. Ich will wissen, was das ist. Geh weg, Alter. Und schau her. Ein Auto, Alter. Ruh, 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 ruh. Ich weine nicht, ich weine nicht, Alter. Ich weine nicht, weine nicht. Du bist ein großes Spielzeug. Nein, 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 nein. Steh auf. Komm schon, du bist ein erwachsener Junge und jungswassig. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ah, wo mein Junge? Afario, ich kann immer noch nicht verstehen, was das für ein Kind ist. Er war immer ein Kind. Hoppla. Wow, easy, easy, Baby. Ich will jetzt auf die Toilette, Alter. Wird schnell, Alter. Ich muss mal. Komm schon, geh auf Toilette. Hey, ich geh jetzt und verstecke mich. Simon, wie wird er denn selbst auf Toilette gehen? Er ist doch ein kleines Kind, hm? Oh, mein Gott, du hast recht. Wir müssen nachsehen, wie es ihm dort geht. Damit er nicht auf die Matte macht, versteht ihr? Ja, 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 gehen wir. Wo ist er? Seine Schuhe hier. Stas, wo bist du? Rafael, geh nach oben und ich werde mich hier unten umsehen. Stas, hier ist nichts, Stas. Wo ist er nur? Mein Bauch tut weh. Ich geh auf Toilette. Das war ein Witz, Alter. Ist das nicht lustig, oder was, Alter? Nein, das ist überhaupt nicht lustig. Komm, geh schnell schlafen. Kleine Kinder müssen um dieses Teichchen schlafen. Komm, los, verstehst du los? Schlafen, aber ich will nicht schlafen. Schlafen, schlafen, schnell einschlafen, komm. Okay, ich geh ins Bett, Alter. So, schlaf, mein Junge, schlaf, 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 schlaf. Oh. Leute, ihr werdet es nicht glauben. Ich hatte einen sehr schlechten Traum. Ich wäre ein kleines Kind, Alter, fünf Jahre alt. Zum Glück war es nur ein Traum. Ich geh wieder schlafen. Jungs, abonniert bitte den Kanal, Alter. Bis dann, Alter. Bis dann, Alter.